Herzlich willkommen zu Gunsmith Part 5. Heute geht es um die Remington Modell 870. Für die braucht ihr den Zylinder 12 Gouge, den ihr erhaltet von Jäger Level 1. Die Mündungsbremse GK02 erhaltet ihr von Jäger Level 2. Den Handschuh M870 Magpul erhaltet ihr von Mechanic Level 1 als Barter oder von Mechanic Level 2. Die M-Log Schiene 4.1 erhaltet ihr von Mechanic Level 1. Den KAK Vordergriff erhaltet ihr von Peacekeeper Level 1. Die M-Log Schiene 2.5 erhaltet ihr von Mechanic Level 1. Den blauen Laser erhaltet ihr von Skier Level 1. Und den Magpulschaft SGA erhaltet ihr von Mechanic Level 1 als Barter oder von Mechanic Level 2. Wenn ihr alle Teile verbaut habt, schaut, dass ihr über 60% Haltbarkeit habt und dann könnt ihr sie bei Mechanic auch schon abgeben. Ich schreibe euch unten noch in die Videobeschreibung alle benötigten Teile und wo ihr sie kaufen könnt, beziehungsweise Bartern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und sonst sehen wir uns wieder bei Teil 6.